Heute früh 99 Abonnenten. Gut, da denkt man sich erstmal so, wow, fast 100. Ja, vor weniger als drei Monaten waren es noch null. Ja, es war einfach nicht zu glauben. Ja, und heute Abend, gerade vor wenigen Minuten. Und was ist passiert? Natürlich 100 Abonnenten. Ja, 100. Ich kann es nicht glauben, ihr seht hier auch noch einige Bilder. Es ist einfach so, du kannst es dir nicht vorstellen. Unter drei Monaten. Auf meinem anderen Kanal habe ich wirklich Jahre YouTube gemacht. Jahre. Und ich habe jetzt momentan auf dem Kanal 68 Abonnenten. 68, 100. Und der Vergleich der Zeit. Es ist einfach nicht normal. Herzliches Danke an Jamie und Toffee. Ich weiß nicht, wie man es genauer spricht, sorry. Aber sie war mein 100. Abonnent. Ja. Mann, also es ist einfach nicht normal. Ähm, ja, ich würde euch einfach dafür danken und ihr könnt gerne Vorschläge für Videos und fürs Abo-Special machen. Ich habe auch eine Idee schon, aber ich weiß nicht, ob ich die auch umsetzen möchte. Ja, falls ihr, also ihr könnt ja auch Sachen reinschreiben. Das mit der Serie wird so bald wie möglich beginnen, denn mein Handy ist noch immer halbschrott. Ähm, ja. Ich kann nämlich keine Videos filmen und das ist mein Problem mit meinem Tablet. Wäre das viel zu aufwendig, irgendwie. Obwohl ich überlege, wenn das jetzt noch länger so bleibt, mache ich es mit dem Tablet. Hier habe ich auch eine Benachrichtigung von einer App bekommen. Congratulations, Luna Stegloff has not reached, keine Ahnung, 100, ich finde ich eigentlich nur 100 Subscribers. Also, not normal, I think so. Aber es ist einfach, ja. Ich wollte Danke sagen, so nebenbei mal. Dann dieses kleine Danke, da habt ihr euch einfach mehr als verdient. Und ich bedanke mich bei allen, die fast jedes Video kommentieren und einfach immer am Start sind. Und so oft wie möglich in den Livestreams dabei sind. Es ist einfach not normal. Obwohl, ja. Danke an alle. Einfach an alle. Ich kann es nicht, glaube ich, ich weiß es nicht. Ich bin so frustriert, geschockt. Danke. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020